BIP 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 Ich hab Gubi, hast du denn die Glocke auf? Ja, Troppelmann Hallo Ich rufe an wegen der Mülltrennung Wegen was? Troppelmann Ja, worum gehts? Wegen der Mülltrennung Wegen der Mülltrennung sind wir schon ein bisschen verkehrt hier Jedenfalls habe ich gesehen, dass sie nicht so, also was in der gelbe Tonne soll zum Beispiel in die graue werfen tun. Dann müssen sie bis halb eines morgens anrufen, da ist jemand im Haus. Das finde ich einfach nicht gut. Ich sehe mich schon so als saubermann hier. Ja, als Bürger, Pflicht, andere Bürger zu kontrollieren. Aha, ja ja, gut. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute zum 1. April. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute zum 1. April. Nein.